Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Secret Order Stammbaum Die Nummer 6 Nein! Teil Secret Order 6 Teil 6 Nummer 6 Ist jetzt gut mit dem 6, ne? Sechste Teil in der Reihe Ist jetzt gut, wir gehen jetzt zu den Ruinen Sonst wären wir hier nämlich nie fertig Aha Was ist das? Eine Barriere Achtung Oh Guck mal an Es ist unausgeglich Da musst du was anderes drauflegen Hast aber nichts Siehste mal Ah Wer hat einen Totenkopf? Gift Du musst das Gift stoppen Oh mein Gott Ah Ah War das irgendwie nen Jaja Du kannst die immer nur Jetzt kannst du das da machen Jetzt kannst du das da machen Jetzt kann Genau Ah Da war aber noch was Ah ok Du solltest wieder zurück Da Muss der erstes Gift stoppen Da war Und da fehlt noch was Ok Dann gehen wir nochmal zurück Er ist weg Und wir sind wieder allein allein Ja Ok Klebeband Eine Schaufel Wenn wir den finden Dann Dann aber Dann gibt's aber Kriegt der eins mit der Schaufel Ja Ok Sollen wir nochmal hin Kannst du die Schaufel auf die Dings legen? Wen? Da auf diese Äh Ne ok Ok Und da sollten wir nicht nochmal rein Ja Wenn wir nicht das hier Ah Warte mal Kannst du nochmal unter Wasser gehen? Nein Kann ich nicht Ähm Ja genau Kannst du da mit der Schaufel irgendwie arbeiten? Auch nicht Machen wir was zum schneiden Achso das ist ja Ja Da sind wir wieder hier Ja Ja irgendwie Da können wir ja auch nicht hin Ne Das ist nur das Ok dann Vielleicht müssen wir doch da hinten Doch In das In die Giftding Vielleicht können wir da irgendwas zukleben oder sowas Kannst du da irgendwie Oder was mitnehmen Die Eier vielleicht? Die da unten In den Teer legen Teer Oh wir haben sie extra sauber gemacht Hättest du sonst nicht gefunden ne? Ah jetzt hast du das Das Rad Damit kannst du das Gift abstellen Gut Gut Da fehlt uns nun Ja Zahnrad kannst du mit dem Kleber Äh genau Fehlt uns noch ein Zahnrad Ok das ist ja in Ordnung Was ist das da unten? Schaufel? Ach Ja Ja Ah Ich muss ein Ornament gewesen Das hier? Ne das Aber das da Vielleicht Achso Das da? Ja Das Das Auge fehlt Ok jetzt das Ah das ist eine Treppe dann Cool Und dann 1 Zurück Also das war ja Es war doch da drüben irgendwie was ne? Und es fehlt trotzdem noch einer Ja Aber der ist da glaube ich Doch 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 Warte mal Da unten Kannst du das Ding nehmen und da reinsetzen? Und jetzt Wird die Barriere trotzdem nicht? Vielleicht weil das noch nicht? Ja wahrscheinlich da muss die Seite dann auch aufgehen Aber jetzt können wir da unten mal diese Was auch immer das ist mitnehmen Ah das sind jetzt Gewichte das ist gut Haben wir das Zahnrad und Gewichte Kannst du da die Gewichte reinlegen? Und jetzt? Wird die Wird die Barriere dann auch? Ja Und das Zahn... Ah genau Jetzt kannst du hier das Zahnrad noch einsetzen Das sieht aus als... Ah da brauchen wir eine neue Batterie oder sowas Okay Ah und dann kann man... Ich weiß es auch Ach so die Leiter war dafür da dass wir da dran kommen Ja wahrscheinlich Ah Mach der Experimente für die Drachen Ich behalte mich lieber leise Da 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 Genau Macht viel Lärm Das da unten hat sich... Oh hallo Und Schlüssel... Ah kannst du vielleicht mit der Säure aus der... Aus der Batterie Das Ding öffnen Haha Papa Papa Oh unser neuer Freund Okay Dann gucken wir doch mal an was Daddy hier alles so gemacht hat Ah da fehlen noch die Bienen Musst du die anderen Bienen dann noch reinsetzen Drum so lustig Brrrr Brrrr Das Mikroskop Was? Da hinten ist ein Mikroskop Kannst du einsammeln Summer Mama Wie ist das? Wie ist das? Kannst du... Pülpette benutzen? Hm Tadaa So Ist das da hinten noch ne Pfauenfeder? Nein! Okay Da oben ist die Pfauenfeder Katzenpfotenabdruck Katzenpfotenabdruck Da? Okay Ah ein Schraubenzieher Ah hol Wie ist das? Wie ist das? Moment mal der hat auch irgendwas Sie ist so klein dass sie alles... Dass ich alles schmuggeln kann was ich will Okay Da kann man bestimmt irgendwie ein Band geben oder sowas Das Serum ist noch nicht stabil Aber wir sind nahe Die meisten von denen die infekten wurden wurden sehr ernsthaft krank Aber ich habe auch noch ein besonderes Thema Ich muss nur noch versuchen um die mixture zu erforschen Ah Es ist jetzt ne neue Batterie drin wahrscheinlich ne? So ne riesen Batterie Genau Den Hut Den Hut? Ah okay Kein Hut Aber Kater Molekülsymbol Okay Aber dann Mal zurück Da drüben Und da ist die Klappe noch drauf Ja Aha Ah Hä? Ah Wir sind hier? Genau und jetzt müssen wir gucken wo wir lang müssen Ah Da 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 genau Und danach Da Oben Ja Und dann Nach Dahin Genau Und dann nochmal Und dann Achso Ah Okay Dann wieder zurück ne? Nach Nach Da müssen wir Okay Dann doch da Hä? Aber dann ja Jetzt geht es da hoch Okay Ich dachte das war jetzt nur der Kopf der da rumliegt Sah im ersten Moment so aus Okay 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 Also ich muss sagen es mit dem Blut mein Ding Das ist mit dem Ticken Clutch Das stupide robot dog attack me Ich stuck around after all the other miners ran off That dog needed to be destroyed So I pretended to keep working But it caught me Don't let it spot you You have to lure it and disarm it This might help Okay Ein Köderrahmen Es bewegt sich einfach nicht Es bewegt sich einfach nicht Hä? Achso Gesäubert oder ausgetauscht Okay Den noch Ah da Genau So Da 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 passt jetzt das Messer Da 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 Das Da 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 hab ich doch gesehen haben wir da dann gehen wir doch mal dahin da ist noch ein rohr da ist ein symbol da ist ein griff dran oder müsste ein griff dazu sein etwas das klein genug ist könnte ich hier platziert werden um den roboter unser experiment befindet sich in der endphase und es wird mehr energie benötigt aus diesem grund weil sich alle mitarbeiter dazu an die kristallproduktion sofort zu erhöhen die kristalle die wir in dieser hülle befunden haben reichen bei weitem nicht aus mein bauchgefühl sagt mir dass hier irgendwo ein hohlraum versteckt sein muss wir müssen ihn finden okay dann komme ich ja aber nicht weiter oder moment geht es mal so aus adum explizit allerdings es ist c4 da kannst du dann irgendwann ich muss sie befestigen bevor ich das nutzen kann aber wir haben im moment noch nichts aber der kann uns auch nicht hier weiter gehen wir noch mal zurück kannst du jetzt da runter da kann ich aber gucken das brauchst du auf jeden fall noch für deine für die genau bräuchte sie noch irgendwie nen punkt links dann oder sowas aber das finde ich jetzt nicht hier was war da unten jetzt oder kann ich das sieht mir ein boot und protest für irgendwas aus Okay, da brauchen wir... Ah, geh mal nochmal zurück. Wo, da hin? Ne, ne, zurück zurück. Da unten? War da der Griff vielleicht da? Okay. Ja, ich dachte. Aber wir haben die drei Treppenstufen. Drei Treppenstufen, okay. Und bei dem, können wir da noch irgendwer was machen? Da irgendwie was? Hier fehlt ein Stück, okay. Ansonsten kann man noch... Ah, kannst du dieses Ding vielleicht, türkischer Hebel, bei der Baumaschine benutzen? Ach so. Du meinst bei dem hier, oder? Da, ja, genau. Okay, ne, wohl nicht. Da musst du mal erst wieder raus, da irgendwie... Und dann kannst du hier... Da oben ist was... Okay, da sagt er nix, okay. Das sind die Podestien. Da brauchen wir irgendwie bunte Kristalle. Und es fehlt noch eine Lampe. Eine Lampe und ein Lautsprecher. Ah ja, da kommen wir hin. Wassersymbolwelle. Ah, die gehört bestimmt da unten hin. Du meinst hier? Ja. Da hin? Okay. Oder auch nicht. Oder gehört das da rein? Auch nicht. Müssen wir mal einen Tipp benutzen, oder so? Ah! Ah, okay. Ahhhh. Ja, dann. Haben wir irgendwas um die Steine? Jetzt brauchst du eine Schreibfeder. Haben wir noch keine, okay. Ähm. Aber... Irgendwas ist unter den... Steinen? Aber guck mal. Nein. Ne, das andere Ding, das da. Okay. Okay. wird Energie benötigt. Da brauchen wir irgendwas. Aber jetzt haben wir den Zünder. Ja. Und da verbirgt sich was unter denen. Du brauchst wahrscheinlich irgendwie einen... einen Hebel oder sowas dann. Also, weil sie sich wie ein Stemmeisen... Plömm. Oh mein Gott. Ja. Ah! Das ist das Energieding, was du brauchst. Hier oben. Ah, jetzt müssen wir die wieder im Team miteinander... Ach du Schein. ...drehen. Ja doch, dreh die mal die zwei. So, das sieht doch schon mal gut aus. Ein bisschen zumindest. Kannst du die zwei mal drehen? Okay, schon fertig. Ja, ich hab ja auch schon einiges gedreht. Ui. Aha. Ah. Da... fehlen irgendwie Dinge. Entweder brauchst du dann was, womit du diese Dinge ausfüllen kannst. Diese Tinte. Ja, jetzt brauchen wir die Feder dann noch. Okay. Aber jetzt liegt da hinten... Ah! Das... Okay. Das ist aber praktisch, dass der jetzt da gerade eine Feder mitbringt. Aber es fehlt noch was. Okay. Das haben wir jetzt wahrscheinlich aber noch nicht. Das gehörte unten. Bei dem Hund. Ah. Dieses Rad. Okay. Was ist das? Das ist doch bestimmt ein Lautsprecher. Jetzt fehlt uns immer noch die Birne. Eine kleine Birne, ja. Ja, aber... Ja, du musst... Du musst... Wenn wir den Lockdings haben, dann können wir hierher, dann... Dann kommt der Hund und dann kannst du das aufdrehen und dann tust du den mit Wasser versprüchen. So. 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 Was ist dieses Ding da? Eine... Linse. Linse, der verkauft... Ah! Die musst du vielleicht da oben reinpacken. Da oben? Ja. In dieses Ding da. Ja, das könnte sein. Gibt es eine Anleitung? Ach so. Ah! Dieses Symbol... Ja? Wird irgendwie... gesucht. Geh ich mal davon aus. Kannst du die Dinger auch anklicken? Ups. Weil hier... hatten wir es ja jetzt gefunden. Dieses Symbol ist ja da unten dasselbe, wie das hier auch aussieht, ne? Anleitung. Finde das Zeichen, das von den Statuen projiziert wird. Die Statuen unten rechts projizieren ein Zeichen, das in drei der Kulissen versteckt ist. Du kannst die Kulissen am oberen Bildschirmrand ausdehren. Okay, also... Also hier haben wir es... Sieht's mal... Finde ich's nicht. Da ist es. So, jetzt machen sie was anderes. Das finden? Da unten? Das da? Ähm... Da wohl nicht? Da? Und dann den Blitzen... Da hinten. So. Ah, ja. Okay. Ähm... Ist das... Weiß er? Ja, genau. Da ist es, glaub ich nicht, aber... Da. Da unten. Und dann... Ist es da drin. Genau. Da können wir direkt da was machen. Ähm... Da ist es, glaub ich nicht. Aber da ist es da unten. Und im ersten... Da. Ist es da, genau. So, jetzt ist das... Haben wir... Aufgeladet... Ah! Das sind jetzt die... Die einzelnen Statuen, die wir da unten brauchen. Jetzt haben wir... Ah! Wieder ein Dings für unseren Würfel. Kann man den jetzt schon mal zusammen? Ja, probier mal. Habe ich doch. Ah, dann... Oder klick das Symbol einfach mal an. Genau, so. Ah, das ist jetzt dann wieder... Dieses Symbol. Oh, Mann. Das ist jetzt... Das ist ja... Ja. Ah, jetzt kannst du da... Ähm... Ne, ich glaub du musst dann da immer da drauf drücken, wenn der... Zwei. 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 Okay. Und das ist jetzt erstmal alles, ne? Ah, ja. Jetzt kannst du... Geh noch eins zurück. Ach so. Ich... Weil wir haben ja jetzt... Das Symbol, ja. Ah, da ist jetzt die Birne drin da oben. Cool. Die wir noch brauchen. Jetzt kannst du den zumachen. So, jetzt können wir den... Den Hund... Ah, du kannst... De... Wenig... Dem... hè... Jetzt... Mond uzzi. gut so dann kommen uns das ding noch mal nach du lieber gott das hier das da dieses teil genau dieses auseinandergebauter puls generator ok da fehlt uns dinge mehr gibt es ja nicht dann müssen wir wahrscheinlich wieder darunter das sieht nach dem aus ok ja ich kann es ja jetzt das ding wieder also nein das ist hier anscheinend ok kannst du jetzt mal identifizieren sie sich im pulsar generator es muss jedoch ein symbol nicht nur wahrscheinlich er wird sich bestimmt freuen wenn wir damit auch umbringen können oder im prinzip schon ja der sonderer schlüssel und den okidoki und ja bis zum nächsten mal